Hi Leute! Ich sagte, ich werde ein weiteres Video machen, wenn ich Fortschritte beim Deutsch lernen mache. Hier ist ein weiteres Video. Ich habe eine tolle Zeit in Berlin, aber jetzt fahre ich leider nach Karlsruhe. Aber ich denke, das wird auch eine großartige Zeit. Ich habe herausgefunden, dass ich mehr Deutsch lerne, obwohl ich keine Kurs online mehr will. Ich denke, das liegt daran, dass ich in Deutschland liebe. Also höre ich immer Leute, die Deutsch sprechen und ich versuche es zu verstehen. Besonders wenn ich mein Praktikum in der Schule gemacht habe, kann die Kindersprache wirklich süß sein. Manchmal streiten sie oder steilen Fragen, aber sie sind immer süß. Bevor ich das Praktikum in Deutschland absolvierte, wusste ich nicht, was ich nach meinem Abschluss tun sollte. Ich bin nicht sicher, ob ich in Hongkong oder in Europa einen Masterabschluss machen werde. Aber jetzt, nachdem ich meine Praktikum in Berlin gemacht habe, mag ich die Atmosphäre hier wirklich sehr. und ich möchte danach in Deutschland arbeiten. Ich habe schon viele Orte besucht, aber Berlin ist mein Lieblingsstadt. Es ist wirklich international bewertet, viele Möglichkeiten. Und vor allem gibt es viele hier Ausführungen zum meisten. Ich habe vorhin in Hongkong, England, Kanada studiert, aber ich mag Berlin immer noch am meisten. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich mehr Deutsch lernen und eine weitere Chance finden kann, nach Berlin zurückzukehren.